Er zeigt dir den Weg. Spreizerbau informiert bei den Informationstagen der Profis. Transparenz vom Keller bis zum Dach. Heutzutage das Um und Auf beim Bau. Qualität und energiesparend. Alles aus einer Hand. Ob Firmengebäude, Zubauten und Revitalisierungen, Holzriegelbauten oder Dachstühle. Fragen Sie den Baumeister persönlich am 25. Februar bei Leiner am Stetten.